Yo, Freunde, was geht? Eine neue Woche beginnt und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute soll es sowohl zwei neue Dinge als auch eine sehr, sehr seltene Sache im Shop geben. Also schauen wir uns das direkt mal an. Let's go! Und zwar sehe ich direkt, haben wir hier einen neuen Skin und zwar die Ione, heißt sie. Ich kann mir vorstellen, dass das schon so ein bisschen Halloween-mäßig sein soll. Wolfsbann heißt das Paket. Auf dem Rücken hat sie sowas hier. Das ist wahrscheinlich die Hacke. Ja, wieder hier. Man kann die Hacke hier aus dem Rücken erstmal rausziehen. Ja, schaut cool aus. Oh, okay. Gibt es sogar als lange Variante. Ah, Sound ist relativ ähnlich. Äh, cool. Ja, Skin schaut auch cool aus. Auch diese leuchtenden Augen, das sind so Schlangenaugen, schaut ziemlich cool aus. Obwohl es dann wahrscheinlich Wolfs Augen sein, oder? Wegen Wolf. Naja, auf jeden Fall cooler neuer Skin. Gefällt mir. 1,4 ist ein sehr, sehr merkwürdiger Preis. Was kann man... Ne, okay, der Skin hat aber keine Styles, oder? Ne, der Skin hat keine Styles. Aber das ist ein wirklich sehr merkwürdiger Preis. Ich glaube, das ist der erste Skin, der 1,4 kostet. Ich glaube, das hatten wir vorher noch nie. Äh, es geht auf jeden Fall weiter mit, äh, dem Rath, Rath Skin. Mit der Sanduhr hier auf dem Rücken. Schaut so aus. Dazu die Hacke, die so ausschaut. Und dann gibt es noch Challenges, wo man dann hier so die verschiedenen farbigen Styles freischalten kann. Inferner, das ist die, äh, feurige Renegade, wollte ich gerade sagen. Äh, doch, doch ist ja Renegade, ne? Ja, Renegade Skin in Feuervariante. Ruby Skin, auch sehr, sehr nicer Skin. Wie immer natürlich auch mit Hacke und Gleiter dazu. Ne, haben wir jedes Mal drin. Ähm, weiter geht es mit dem Schlappohr. Ja, und es soll noch irgendwas Seltenes geben. Das müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Erstmal hier Knurrer und wieder, äh, das gesamte Paket hier. Alles mit dabei. Okay. Dann haben wir die Spähspezialistin aus Season 1. Und ich gucke mal ganz kurz nach. Dieser Skin, ich glaube, der war nämlich jetzt richtig lange nicht drin, war... Hm, oh ja, okay. War zuletzt vor 599 Tagen, also knapp 600 Tage, war dieser Skin jetzt nicht im Shop drin. Crazy. Mir kommt zuvor, als wäre er wirklich erst vor ein paar Wochen drin gewesen. Aber dieser Skin war super, super lange nicht im Shop drin. Der geliebte Graubützen Skin. Wirklich richtig geiler Skin. Ich habe ihn mir schon damals gekauft und kann es euch auch empfehlen. Sehr, sehr fresh. Mag ich. Dann haben wir den, äh, ja, relativ neuen Kate Said. Wie auch immer man ihn aussprechen soll. Ja, verschiedene Styles mit dem Aluhut hier. Werden sich vielleicht noch manche daran erinnern. Kam es auch circa von einem Monat raus. Dann, äh, oh, hier haben wir noch einen neuen Emote. Okay, erstmal hier Krypto mit dem sehr, sehr geilen Backpack. Mag ich. Safari-Scan auch ganz cool. Und jetzt haben wir hier einen neuen Emote. Umblättern heißt der. Mal gucken, was passiert da. Ich sehe schon, das ist ein Fortbewegungs-Emote. Ah, okay. Man, äh, liest ein Buch. Das ist ja für Fortnite ein sehr aufwendiger Emote gewesen. Äh, ich hole mir wieder diese Sucht nach Emotes. Äh, ja, wenigstens ist es ein Fortbewegungs-Emote. Aber jetzt nichts Besonderes. Äh, den finde ich cooler, saxophonisch. Sehr, sehr nicer Emote. Lifted or open. Auch cool. Ja, für 500 V-Bucks. Und die Bärenumarmung. Ein Synchron-Emote für 200 V-Bucks. Mag ich auch. Äh, Emotes sind also heute ganz okay. Die, äh, gesamten Halloween-Sachen sind alle noch drin. Äh, habe ich ja schon gezeigt. Das sind die gleichen wie die letzten Tage. Werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen drin bleiben. Pakete. Hat sich auch nichts verändert. Also, äh, ja. Cooler Shop heute auf jeden Fall. Zwei neue Dinge. Eine seltene Sache. Das gibt auf jeden Fall einen Top. Falls ihr euch da was holt, ihr müsst ja gerne den Credit-Code Snoxy nutzen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr einmal kurz, äh, unten die Videobeschreibung ausklappen und dort auf den ersten Link, auf diesen meinen PC-Link klicken. Vielen Dank an alle, die das machen. Ihr wisst ja, jeden Tag kann man da einmal draufklicken. Und ihr supportet mich halt kostenlos mit einem Klick. Ähm, genau. Das geht jeden Tag nur einmal. Die tracken quasi, wie viele Leute da draufklicken. Also, äh, ja. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mal einen Klick drauf. Klickt einfach drauf. Vielen Dank an euch. Und dann, äh, würde ich sagen, war es das zum heutigen Shop-Video. Wir hören uns, äh, vielleicht später auf Twitch. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall hören wir uns morgen zum nächsten Shop-Video natürlich, falls ihr den Kanal hier abonniert habt. Und dann, äh, ja. Wünsche ich euch einen wundervollen Start in die neue Woche. Kommt gut rein. Und, äh, dann bis morgen oder später, Leute. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.